Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Bait Ich habe hier entschlossen, es kommt jetzt immer freitags Samstags Rundags oder so, keine Ahnung, eine schöne Runde Bait dann zu gucken Ja, ich spiele mit KennyD1103 bis jetzt Wir müssen mal kurz wechseln Ja, mal gucken, wie es diese Runde so bringt Und, ähm, ich hoffe, ähm, es wird schon eine Runde Oh, weh, eh, es packt Meine Güte Abwege mich nicht Die nette Verbindung, ich mich erinnere mich Oh, was hier ne? Äh Ich hoffe, so, AGB Äh, okay Wetten, net Ich schaue mir meinen Sommers Game drin Nur dort Ähm Den könnte ich doch noch vor aus dem Motto facken Ähm, oh, den hab doch nicht genutzt so Minibar, ja Ich hab ja gesagt, ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gespürt, aber ich lass' es einfach sein Ich muss immer hier spielen mit uns im Privat, immer mit, ähm, originalen oder immer aufwechseln, wenn man was optionen möchte Für uns wird 2 Minuten und dann dauert es wieder 50 Jahre Klar, das sind alles Ich mach das immer, um das zu Play und dann... Jo, dann gucken wir mal weiter. Oh, die rasten schon alle aus hier! Was soll das denn nicht werden? Da ist schon mit Rüstung da. Ich bin aber immer so weggerannt. Oh, oh, oh! Oh. Wenn du das gut hast, ich will also sammeln. Doch ich bin ein Team, ne? Gut, nehme mir das da. Tch, 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 tch. Wie ich lese es jetzt einfach? Oh, ich bin nicht wirklich davon. Oh, glammt. Da kommen welche, da kommen welche. Ich fang nicht viel freuen. an alle erst durch ich bin nur wo er so ein starrt sie als ein wechseln da und erläutern und erläutern und erläutern und immer weniger ich habe alle schon irgendwie... äh... später... was ist... ich... nicht kann ich mehr rein, aber nein... ich hab' schon verloren Kaffee... Oh jeje... Tom Tom, go! So... 7, 2, 3, 4, 6, 2, 8, 7, 8... Ich werd' eh... ich werd' eh... ich werd' eh... ich werd' eh... geschlagen... Nee, du nicht... ohhhh, diese Borde, ne? Es regt' auf! Ich werd' eh... Ich werd' eh... ich werd' eh... Ich werd' eh... Das ist mir ganz schön, ne? ... chair lá... W millis... Ich hatte' nur... Schaue... Mein Gott! Diese Bordele.. ne?! Die re уж passt... Die R99 hat so richtig auf... Fall womit верn mun wa' du! Scheißbordele! Okay, was gib's hier so...? aber in der Zeit sie mehr zu gießt die Führung die Sion sie haben auch mein Gott ich muss den Zettoppelteinskampf sag mal die Gitarre und die Bisschen und die Klinik Knochen Ich hab kein Werk bauen, ich hab gar nichts. Einschlach und ich bin direkt tot. Ist ja hier fast viel angeschaut, also einschlach und ich bin direkt tot. Dann kann ich den Antacker beleidigen. Ich mach jetzt vielleicht rein, sondern einschlach und ich bin direkt tot? Ja. Macht Spaß. Ohne. Was ist jetzt so ein... Oh, machen wir diese Scheiße. Boah. Boa da! Scheiße, boah da sonst. Oh怎么. Ehh ommm oooh o veio da ??? Ich gehe auch erst dann! Gratul... Ehh!! Oh, boah, ich kann noch zu zwei Blöcken mehr aufhören, ich bin direkt tot! Oh, das ist mein Glückwunsch. Ich brauch einen Spielernamen. Ich will keinen Stress! Wir sind aussichtlos und gleich noch ein einziges Set. Aber trotzdem lebe ich! Ich kämpfe! Boah, irgendwie sind die Spiele, die haben mich gerade gesehen, sehr schön! Was ist das denn da? Oder, äh, Cyan? Wie viel Tymorin? Und... Oh, wie cool! Sehr schön! Ich komm essen! Ich hab viel Kohl mitgenommen! Was? Wegzustellen! Oh, komm, wir rennen doch nicht aus! Was ist halt los? Ich hab die auch wieder voll leben! Was ist das so voll leben, aber dann hat man einfach irgendwie einen Sinn! Hm, wenn ich immer aufhören kann! Ich krieg jetzt... Ich schwöre mich mal leicht! Oh, ich kann da rennen! Leute, ich kann da rennen! Ich schwöre mich sehr, sehr gut! Ich kann doch auf eine Höhle gehen! Ich schwöre mich! Das tut mir auch! Ich schwöre mich jetzt nicht mehr... Oh, yeah! Krrrr! Wenn ich jetzt geschlafen bin, bin ich doch... Doch tot, ja! Ich bin dann tot! Äh! Einschlag oder ich bin dann tot! Ah, jetzt nicht mehr! Der Pursang ist schaden! Ich fülle jetzt einfach mal mit. Mal so. Alle anderen sind zum Beispiel Leisenrüstung gar so. Ja, Leisenrüstung sind wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall viel mehr Ausrüstung, ähm, als ich. Ich glaube, es ist die Krone. Ich glaube, es ist nicht, natürlich. Blinden ist wichtig. Ich glaube, hier wieder fünfmal. Die Beziehung ist von Kevin MacLeod, außer ich habe die ersten fünf oder so. Das ist von Marcelina Sand, ähm, nicht von ganz früher, ähm, der ist ein Parz. Der ist ein Parz, glaube ich. Oh, 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 oh. Ich will's nicht tun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist... Oh, 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 oh. wird nicht und ihr könnt das dann so ein Schraub diesen Part und nicht mit dem Satz uns über ich hier und schenke gehen die lüder gehen am liebsten und zumal mit dem holz und reihe soll nicht sein kundin sie ist ganz ganz bitter ich könnte mir so komplexe & & & & & & & Ich glaub, da kommt die Bindung. Ist nicht logisch. So, ist hier los? Sie haben sich ja mal ein... 2 Striche, es ist... 2 Striche. Oh Leute, jetzt haben wir dafür. Ich brauch mein Hitz. Oh, ich dachte schon, er hat sich vom Küche bekommen. Da sind Namen. So. Sind sie mal relativ drin. So. Sieht er mich? Ich hab einen Kopf gemacht. Ein Knopf! Ein bisschen Rüstung. Ich hab einen Knopf gemacht. Ich hab einen Knopf gemacht. Ich hab einen Knopf gemacht. Wenn ich es sogar habe, dann vermag ich mir das eigentlich nicht. Wenn ich es schon überhaupt noch habe. Jetzt bin ich etwas gerüstet. So könnte ich jetzt eigentlich in den Kampf ziehen. Aber ihr wisst, ich bin natürlich... Genau, das wird unterliegen. Der hat keine Rüstung! Ist er alleine? Ich weiß, ist er alleine? Ich bin erstmal auf die Insel hier. Ist er alleine? Let's los! Ich versuchniere dichbuildern! Je gezwig dann Dirpport. Ist wieder zum Paten. Ist gestorben. Er ist gestorben! Er ist gestorben! Er hat selbstaban- Erin Beetlektest circuits beginnen. Er hat selbstCER- er hat begangen oh dazu wir können jetzt ein Team machen ich schreibe dir an dieses Sion das ist diese natürlich die haben fleisch im Dias ne ich hab schon ein Team begangen ich weiß gar nicht ach schön ich lebe noch ich lebe noch eine Aussichtslosigkeit ist aussichtslos und ich lebe trotz die Kälte bis jetzt gab es ich hab mich zurückgekämpft ich bin hier voll drin gerade eben ich hätte mal ich hätte einfach nur ein Ziel in einer schlagen muss ich finde ich tot gewesen ich gehe in die Mitte aber ich muss meine Weckmann das sind schaffe ich mache jetzt erstmal schönes Bett ja mach ich jetzt oh nein oh oooh oooh ooooh 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 das ist so viel ich habe gespart und jetzt nicht abhauen ich sag mal ja heutzutage den bogenkampf ja ich hab alle blau-bohr-bohr-bohr bereits wurden und mit dem Traum und auch zuerst schluss und und ausland Sehr schöne Folge. Gefällt mir jetzt schon. Also. Ich fahr jetzt richtig an. Das ist nicht wie, dass ich sterbe, die tut einfach mein Schwarz schonen. Das ist doch leise. Hm, ich muss mal schlagen, da muss ich in der Leitung sein. So, so, auf den Ofen. So, schön, ich lass uns. Na, Hacken ist ja natürlich die Einflussmöglichkeit, äh, anzukommen, aber das wollen wir natürlich ja nicht. Ich find zwei Eisen jetzt. Ich hab ja auch keinen Namen gesehen. Da, seht ihr? Da, seht ihr. Warum, geh ja oben rein, danke. Ich will ein scheises Crafting haben. Oh nein. Bost, ich dachte, viel. So, zu lange. Oh nein. Das ist doch nicht so weit. ... die Schnürchen! Jetzt bin ich am Rücken online! Ja, das ist 6 Stück. Ich bin... äh, ich bin... ...45. Oh, ich nehm schon 50 Minuten, glaub ich, auf. Ey, 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 das ist ne sehr, sehr lange Runde. Und ich auch... nur, dass ich das 3 nicht aufgegeben habe, ne? Ich wollte das jetzt... Ich geh mal, glaub ich, eben nach oben. Ey, ey, ey. Ich geh mal, glaub ich, eben nach oben. Leute, das ist ne extrem gute Runde. Boa, weg, weg, weg. Wieso, ich hab das jetzt auch gemacht? Ich brauche und du, um den Bogen dropen? Man hat halt immer nur Knochen. Und dann keine Tiger-Bio. ich brauchst du was nicht zu drummen. Ich hab' ihn gut gemacht. Ich fand das überhaupt... Stimmt. Was ist das Chianus denn? Oh, er ist ne Hexe, ohhh. Hexe, Hexe, Hexe. Ich fahre für Tränke oder so. Dann ist hier, glaub ich, ein Schildkranz-Trank. Heilung. Ich glaub, da wird irgendwas cooles. Oh, schwarze Polizanser. Oh nein, es kommt. Was? Volle Musik! Scheiße... Was hat das für ein Spieler gewesen, das Pferd? Boah, hätt' ich nicht noch mal drin jetzt... Oh mein Stacks... Ich hab' sie weggetan... Hätt' ich geh'n... Schnell... Leute, es ist ne extrem gute Runde! Ach, der Zier هو... Als Vollzeite, dann würde ich noch umtragen... Ok, was kann der Zierensatz noch alles anstellen? Oh, das ist alles anstellend. Ich brauche mich ja anschrauben. Ich will mir gerade nichts einfacher machen. Ich kann alles für dich sicher machen. Oh, das ist alles für mich. Oh, das ist alles für mich. Ich bin gerade... Ich habe keine Werkzeuge gehabt, ne? Oh, ich will jetzt an jemanden kämpfen! Oh! Junge, wo kommt der von mir her? Jo! Was ist jetzt ein Teampartner? Alter, alter, alter! Lass uns doch mit dir! Oh, jo, jo! Oh nein! Komm, Creeper, hilf mir jetzt! Ausdicht diese Lage! Ausdicht's los! Hat auch sehr, sehr viel Zeit verloren! Ich kann nicht mal rennen! Ich kann nicht mal rennen! Oh, doch! Ich bin tot! Oh, 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 oh! Nein! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Oh, wie bitter! Okay, Leute, das war's von dieser Weltfolge! Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen! Es war eine richtig geile Runde! Ähm, zeig's mit einem Daumen hoch! Oder sonst war's nächstes Mal wieder! Bis dann! Und schau!